... Eigentlich hätte ich ja. Ach komm. Äh, ja, ich bin ein Niemand. Hallo? Hallo? Ich wäre gerne nochmal in meinem Haus gespawnt, aber... ... ich ersetze mich immer so gerne in den Boden. Kannst du uns irgendwo abholen, wenn du zu einer Garage gehst oder so? Ja. Weil dann können wir alle gemeinsam mit einem Auto fahren und... ... ich bock jetzt gerade. Brauchen wir noch eine Spitzhacke? Ne, oder? Ne, das kann man so abernten. Es ist ja nichts, was man aus der Erde schlagen müsste. Hm. Ok, ab nächster Woche wird hier eine Wohnung frei. Dier Zimmer mit Garten? Äh, nein. Drei Zimmer, Altbau, 130 Quadratmeter. 110. Wo wohnt ihr noch? Wohnt ihr alle zusammen, oder was? Nein, nö. Oh Gott, da würde ich ja gar nicht mehr arbeiten gehen. Zum Glück nicht. Ne, ich meine jetzt nicht in einer Wohnung, sondern so in der gleichen Stadt. Selbst das war schon Chaos. Nein, Bock, so ist es nicht. Ja, du Aussässiger, du. Aber echt, ey. Hast du aber mal hier gewohnt. Ja. Ey, schon wieder am Arsch der Welt. Eine räumliche Distanz ist vorhanden. Wer zieht denn da auch hin, weißt du? Echt? Ja. Weil ich jetzt einfach so viel verdiene. Das ist ein guter Grund. Das ist ein guter Grund. Scheint man noch nicht so viel, um nach München zu ziehen. Oh. Entschuldigung. Ah. Nee, Alter. Wie geht's? Komm du in deiner Junggesellen Einraumwohnung. Was? Ich? Was? Ja, du. Nee. Ich wohne in der Nähe vom Starnberger See. Ich hab's geschafft. Du hast das so geschafft, ja. So wüssten du hier. Nee, Entschuldigung. Ich mach nur Witze. Wo wüssten du jetzt? Oh, geil. Ich lauf grad zur Garage. Gut, dann werde ich den Hinterhalt ausräumen. Was räumst du aus? Nicht. Meine Wohnung? Ja, sicher. Von Münster nach München. Nur weil das Mühe zusammenhängt. Ja. Ich fahr am Donnerstag fahr ich in Port. Und ich will gar nicht. Was will man da? Na, halt Familie. Ich geh auf ne Hochzeit von ner Freundin. Nee. Bist du wieder zu früh abgebogen? Nein. Stehen bleiben. Warum stehen bleiben? So, hi. Oh, oh. Mafia kommt. Hallo, Garage. Kostet halt immer Geld, ne? So ne Scheiße hier. Einsteigen. Wo müssen wir jetzt noch jemanden abholen? Ja. Tadaaa! Wow! Das wär extra gemütlich. So absperren. Wenn keiner mehr rauskommt. Do you like a car wash? 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 Jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht blitzen lasse, sonst kommt der Roman gleich. Hier ist doch auch schon Geschwindigkeitsbegrenzung, oder? Guck mal da links dieser... Hier links. Hier links. Genau. Jetzt hier links ist er. Hä? Hier nicht. Der Pfeiler, der da gerade war. Der rot-weiße. Was ist der blöd? Ach Gott. Na gut. Meine Katze findet das hochgradig spannend. War so, dein Auto noch geprimpt, oder was ist los? Wir wippen hier hin und her? Das ist laggy, weil sie jetzt sieben Videos noch hochlädt. Oh. Aber sowas von. Du weißt, wo du hin musst, oder? Ungefähr. Gut. Das ist der andere Blitzer. Oder? Mhm. Ist hier noch 30er-Zone? Ich weiß es gar nicht. Gib Gas. Ab hier ist mir nichts passiert, als ich vorhin durchgeheizt bin. Ach, richtig. Ich hab halt keinen Bock, dass jetzt gleich, wenn ich mich blitzen lasse, der Roman uns verfolgt und dann, weil ich mich gleich wieder den Hubschrauber rausholen, dann muss ich jetzt gleich wirklich meinen Pflichten nachkommen, sonst... Ach ja, wir sollten vielleicht noch einen Hubschrauber scheiben, aber ist egal. Ach pfff. Kein Geld mehr für, können wir uns wohl immer mal die Riesenmengen Drogen verkauft haben. War das alle hier, war das, oder? Halt, du musst jetzt links. Ja. Langsam ist halt bremstes Auto. Weißt du, was ich eigentlich richtig cool an diesem Auto finde? Die Carbon-Beschichtung? Dass die roten Bremsscheiben sich einfach mal mitdrehen. Du solltest unbedingt mal in eine Werkstatt fahren. Ja. Deswegen bremst diese Scheiße. Schnauze. Oh mein. Jetzt darf ich nur unter Freunden sagen, ne? Ihr nehmt mir das nachher übel, tschuldigung. Wenn ich mit Freunden spiele, sag ich dann halt auch gerne schon mal, wow, halt die Schnauze, das nervt mich nicht. Das kennen wir. Brauch ich mich bei euch ja nicht, ne? Das verletzt uns nicht. Nein. Okay. Und jetzt Handbremse. Man müsste eigentlich zum... Nein! ...Helikopterstand, oder? Schnell raus, schnell raus, wir werden explodieren! Nein, das geht halt einfach nicht. Hat jetzt jemand mein Auto aufgesperrt? Ich hab doch noch die Schlüssel. Cool. Hast du auch noch das Geld? Ist das übergreifend? Nein. Oh, scheiße, echt. Vielleicht hast du ja. Guck du mal, ob du es wieder hast. Nein? Ich? Sind weg. Wieso? Du stehst doch gar nicht... Du stehst in den Müllsäcken, da kannst du nicht nach Geld gucken. Du musst gucken, ob es in deinem Bankautomat hier ist, ne? Oder hast du es immer mit? Da siehst du auch, was du auf dem Bankautomaten hast. Ach, stimmt ja. Scheiße. Oh Mann, ey. Oh Mann. Aber... Sie hat es dir doch persönlich gegeben, oder nicht? Warte mal, Schlüssel... Versuch's nochmal... Komm mal näher hier ran. Jaja. Schlüssel-Bug. Stimmt. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Sehr gut. Hast du die noch? Hogwarts? Ne. Ehm... Ring-Bird. Merci. Du musst einmal denken an... Alla, Walk-Bud. Ja, genau. Werf den Rucksack und schreib für Alla und du hast ganz viel Platz in einem Stadion oder Konzert oder was auch immer. Mhm. Dann wirst du dich jetzt verabschieden. Wir werden im Stream nicht weiter über dich herziehen und wünschen dir... Ja, da würde ich aufpassen, weil ich gucke dann. Ja, ich bin ja in einer Stunde oder so zwei wieder da und dann... Vielleicht. Okay. Vielleicht habe ich bis dahin auch schon Ergebnisse, wenn ich so gnädig war mein Laptop aus. Ja, kein Stress, ne. Ja, kein Stress, ne. Bloß nicht. Achso, Garage gibt's jetzt hier nicht oder was? Na klar. Oder kann ich... Der vorne an der Straße ein Eingang da. Da hat dann so ne Absperrung dran. Okay, sehr gut. Okay. Hast du dir auf der Karte markiert, wo du hin musst? Ja, Papa. Okay. Patz heißt das. So, wir machen mal die Kollisionslichter an. Ich will Kekse her. Ja, ich will ja... Ja. Ja. Ah ja, nicht über Kavala-Wala-Wala-Wala-Wala-Wala-Wala. Nicht über Kavala-Wala-Wala. Dann sonst haben wir Jalla Jalla in Kavala, mein Freund. Das nennt doch der Roman da, ne? Der muss uns erst mal kriegen. Ja. Wir haben übrigens keine Waffen. Ähm, heißt... Keine Waffen und keinen Pilotenschein. Genau. Sehr schön. Interessant wird's ja dann auch erst, wenn man weiß, welcher, wer, wie gut ist. äh, 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 zum Beispiel fliegt. Große... Ich hab hier ne Unterschiede, ne? Ja, mit Mirko würde ich mich nicht anlegen, weil der macht nichts anderes als den ganzen Tag nur mit dem Helikopter hin und her zu fliegen. In jedem Video, was ich bis jetzt gerendert habe, ja? Ist dieser Hubschrauber von Mirko im Ding. Ach, siehste, jetzt habe ich vergessen, die Folge weiter zu gucken. Naja, egal. Nichts, was mir wegrennen würde. Außer YouTube löscht sich. Ich frag euch aus nachher. Sergei? Kommst du klar? Ja? Nein. Oh, das ist der AG. Alter, der kommt nicht höher als der Berg. Oh, ne, ey. Warum fliegst du denn auch genau über den Berg? Es gibt links und rechts. Hab denn die Perkit und Sprit dabei? Sprit nicht, aber da kann man ja zur Tankstelle fliegen. Genau. Ja, auf dem Dach landen und dann passt das. Sehr gut. Das mit dem Berg sieht schnapp aus. Ich bin mal grad aus dem Team-Speak raus, aber ich schau im Stream mit. Bis später. Bis später. Ciao, ciao. Ciao. User disconnected from the channel. Hm. Also, psst, sie schaut jetzt auch den Stream. Ja, aber das dauert noch. Verrückte Frau. So, wo sind wir? Äh, ich kann ja selber gerade nicht sagen. Ah, ist nicht mehr weit. 3km. Dann sammeln wir schnell, gehen zur Veredelung, verkloppen den ganzen Scheiß beim Drogendealer unseres Vertrauens. Und dann haben wir wieder Geld. Weißt du, was das ausmacht? Ach, ich glaub, du kannst über 100.000 mit einer Fuhre machen. Okay. Lass uns mal gucken, wo wir da gleich landen können. Am besten auf der Wiese da, oder? Ja. Denk mal, wenn du direkt auf der Wiese landest, dann können wir auch direkt fliegen. Lücken, wenn wir raushüpfen. Wenn wir nicht nach hinten umkippen sollten. Ja, du musst mal gucken, ob wir irgendwo... Oh, das müsste klappen. Jawoll. Geh mal Kokain. Alter, geht das schnell. Wie schnell du hier Kokain ernten kannst, ne? Ich glaub, ich bin voll. Guck mal, wie schnell der voll ist, ne? Unreines Kokain, 10. Ich hab 9. So, ist voll. Ja denn? Warte, ich muss noch voll machen. Bin ich jetzt schon voll? Ja, glaub schon. Wie schnell das geht, ne? Ja. Als Pilot. So, jetzt müssen wir hier ganz runter. Ja, bis zu dem Rebellenlager. Fliegst du jetzt, oder was? Ne. Okay, warum ist der Motor angegangen? Oh. Achso, ne, weil ich Shift gedrückt habe, um zu weggehen auf der Map. Ja, das mach ich auch so, dann stattet der auch immer. Bin ich letztes Mal auch aus Versehen mit abgehoben. Ah, jetzt haben wir vier Zuschauer. Wer könnte das jetzt wohl sein? Also, psst, jetzt dürfen wir nicht mehr lästern. Pssst. Zu euch. Ja, so 11,7 Kilometer, das geht ja. Vollgepackt mit allen Sachen, das wir hier ganz schön machen. Speed, Haarsch, Koks, Gummibärchen. Ähm, Backenkekse. Ne, einfach nicht antworten. Ja, aber wirklich. Die dümmste Antwort, die man jetzt machen könnte, wäre Streamen. Der ist echt schnell unterwegs, oder? 250 Glocken hier. Mhm. Das macht die ganze Sache auch so schön. Ja. Da hat der Tag auf dem Zeug und ein Heli. Dankeschön, Eve. Ich schließe dich in mein Nachtgebet mit ein. Oh, ja. Lass es nicht deine Freundin hören. Das ich bete. Oder Danke sage. Ich guck mal auf die Karte wie spät das ist. Hm. Ähm. Was man hier noch so machen kann. So Leute. Ich bau dann ab. Jo. Okay. Dann wünschen wir dir was. Bis denn dann. Bis bald. Bis bald. Jo, ciao. 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 Das wäre echt über das Wasser fliegen. Haben wir es vorhin auch gemacht? Ja. Äh. Ja. Da war es nur dunkel. Ja. Wir sind vorher zum ATM geflogen. Da war es ein bisschen anders. Ach. Herrliche Aussicht. Total. Oh. Flugverbotszone. Habe ich was verpasst? Da ist Rebellengebiet hier. Deswegen. Alles gut. Hier ist nämlich auch so ein Grenzkontrollposten gewesen. Bitte stellen sie sich an. Wir werden sofort, äh, landen. Das klingt gut. Ich glaube wir werden mal vor dem Zaun landen, oder? Wir werden mal hier probieren. Ja, versuch mal hinten, da vorne, hier an der Ecke. Siehst du ja? Achso, das Feld geht da so flach ab. Ja. Ich bin letztens zwischen den beiden Müllhaufen gelandet mit ihr. Aber das war auch ein bisschen... Das muss ja nicht sein. Oh mein Gott. Nicht auf dem Müllhaufen. Schon Menschen in meinem Müllhaufen sterben sind. So. Aussteigen. Große Tür öffnen. damit wir sozusagen nur noch weiß. Und das ist die Prozess Kokain. Ja. Okay, jetzt. Hier ist tatsächlich noch ein paar. das dauert so und jetzt geht das wieder los hin- und herschieben das dauert ja auch jetzt nicht lange ich frage mich wie viel das gebraucht hat wenn wir keine kokainveredelungslizenz hätten mal von dem verlust ganz abzusehen jetzt brauchen wir noch einen drogendealer ja der ist in der nähe des flughafens ach echt jetzt ist noch was drin oder haben wir alles dann koschluich reservat ist er was nee da würde ich nicht hinfahren guck mal nach oben wenn du nach oben gehst ich weiß nicht wie weit das ist wie weit der unterschied ist aber beim airfield bei gravier da gibt es auch einen drogendealer ach wer gerade bei telos ach da bei dem flugfight direkt und dann da drüber haben wir jetzt alles verarbeitet? na ich hoffe doch rein das kokain rein das kokain alles da ok pack hier einfach ein bisschen was rein 29 rein das kokain haben wir jetzt na siehste 8,8 mit den 4 die ich jetzt da noch reinpacke sind es 33 also 33 kokain na jeder 16 und der eine halt 17 fliegst du jetzt im drogendealer airfield da oder? ja ok ja spritt ist auch noch für eine zweite runde gut genug drin also das läuft würde ich sagen si las kokainas ich glaube wir haben gegenwind wir sind langsamer unterwegs ja der wind wird ja hier auch simuliert also keine ahnung klack sind wir da oh yeah mal uns von drinnen angucken ach nee ich hab grad zu dir geguckt und hua gemacht nö hast du ne platte der steuerknüppel sieht aus als würde er durch mein gemächt hindurch in mich hineinragen quasi naja h h h h h Vielen Dank.